Nach dem Tod eines 16-jährigen Nachwuchsmodels der Modelagentur Bout Labour geriet der Inhaber Egon Budera am vergangenen Abend in einen tödlichen Autounfall. Budera sowie sein Sicherheitspersonal verloren bei dem tragischen Unglück ihr Leben. Der in der Branche umstrittene Budera hatte in jüngerer Vergangenheit mit mehreren Anschuldigungen von sexueller Belästigung, Nötigung und dem Vergehen an Minderjährigen zu kämpfen. Hallo Papa, der Laufstück hat richtig viel Spaß gemacht. Ich wollte nur sagen, dass ich heute ein bisschen später nach Hause komme. Egon wollte mir noch jemanden vorstellen. Ich gehe jetzt noch mit ihm ins Hotel, okay? Also mach dir keine Sorgen, ich habe dich ganz so lieb. Nächster Anruf. Papa, kannst du mich abholen? Ich bin im Nordhotel. Bitte beeil dich. Ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen. Die haben gesagt, ich soll mich für neue Fotoaufnahmen ausziehen. Ich glaube, ich wollte mir was anschauen. Zoe, mit wem redest du da? Mach die verdammte Tür jetzt auf! Bitte beeil dich. Pack sofort das Handy weg! Hilfe! 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 Du warst länger nicht mehr hier. Ich hatte halt zu tun. Ja, das habe ich mitbekommen. Seit wann kennst du dich denn mit Autos aus? Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt genau, was ich meine. Mein Kleiner fragt mich die ganze Zeit, wie es Zoe geht. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Ich hole mal eine neue Flasche, ja. Hat mal die Stelle, bitte. Guten Abend, Lars. Was für eine Tragödie mit Zoe. Mein aufrichtiges Beileid. Sie war wirklich ein tolles Mädchen. Ich hätte nicht gedacht, dass du immer noch in diese Bar gehst. Ich hätte aber nicht gedacht, dich noch einmal wiederzusehen. Früher warst du nicht so leicht zu durchschauen. Ich habe nichts zu verbergen. Das habe ich auch nicht. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Jeder kennt mich um meine Geschichte. Und wieso? Musst du einen Autounfall verteuschen? Es gibt so einige, die mich mittlerweile tot sehen wollen. Die Bremsen von dem Wagen zu manipulieren war clever. Blöd nur, dass ich nicht in dem Auto saß. Oder las. Wir haben uns mal geschworen, dass niemand zurückgelassen wird. Hohenheit, Virtus, Erde und Stärke, Freundschaft und Treue. Schon vergessen? Egal was passiert, alle schaffen es zurück. Aber vielleicht wäre es gut gewesen, wenn manche es nicht geschafft hätten. Wieso? Hast du sie umgebracht? Glaubst du wirklich, dass ich deine Tochter getötet habe? Du warst doch bei den Gerichtsverhandlungen dabei. Ich bin unschuldig. Ich habe ihr sogar noch angeboten, sie nach Hause zu fahren, als wir fertig waren. Sie war meine Tochter. Du warst dabei, als sie ihr erstes Wort gesprochen hat. Und jetzt lügst du mich an und sprichst von Ehre und Stärke? Ich weiß nicht, wie du den Autounfall überlebt hast, aber... Das wird nicht der letzte Versuch gewesen sein, dich umzuprägen. Wie ich es bereits gesagt habe, viele Leute wollen mich tot sehen. Aber es gibt auch Gründe, warum ich noch am Leben bin. Also achte jetzt ganz genau auf deine Wortwahl. Das wird sonst sehr chaotisch. Sie haben kein Problem mit Kaus. Ich weiß. Da sind wir uns sehr ähnlich. Deshalb sage ich es dir ja. Aber lass. Wenn wir einmal an diesem Punkt angekommen sind, wird es nur noch Verlierer geben. Willst du das wirklich? Okay. Ich mache dir ein Angebot. Budla Buhr zahlt dir jeden Monat 10.000 Euro aus einem extra für dich angelegten Fonds. Als alter Freund finde ich mich verpflichtet, dir zu helfen. Was sagst du? Entschuldigung. Wollt nicht stellen. Letzte Runde. Ich wollte eh gehen. Wenn ich darf. Du bist ein freier Mensch. Wie wir alle. Ich werde dich nicht aufhalten. Was? Pass auf dich auf. Bis bald. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich werde dich nicht aufhalten. Das war's für heute. Oh, oh, oh. Macht euch bereit, alle auf Position. Alles gut? Ja, weil ich vorne etwas anstrengen werde. Muss ich mal so langlaufen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn du mich tot sehen willst, dann musst du schon selber herkommen. Keinen Funkkontakt mehr. Bis zum Morgengrauen will ich seinen Kopf. Das war's für heute. Das war's für heute. Fahr los! Das war's für heute. Ego! Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020